Herzlich willkommen zum Mediale Energetiktreff. Heute machen wir eine coole Übung und zwar zur Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude. Das heißt, wir bringen richtig Schwung in die Bude und wir werden mal schauen, wo du vielleicht festhängst, feststeckst und werden das aber heute auf eine sehr angenehme, elegante, leichte Art lösen, nicht so Trauma lösen, recht tief reingraben, sondern wir werden das sehr fein machen, aber das heißt nicht, dass es unbedingt wirkungslos ist oder weniger wirkt. Also ich wünsche dir jetzt einmal eine schöne Reise, eine schöne Meditation auf dem Weg zu deiner Lebenslust, Lebensfreude, Leichtigkeit. Und jetzt schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und die Leichtigkeit und Lebenslust kommt aus dem Nabelzentrum, aus dem Nabelschakra. Also wenn du eine Frau bist, dann eher so wirklich so, wo deine Geschlechtsteile liegen, wenn du ein Mann bist, so Nabelgegend, etwas unterhalb des Nabels, Schamgegend, da kommt so diese Lebenslust, Lebensfreude her. Und mach dir nur mal bewusst, wo dieses Zentrum sitzt, dieses Nabelschakra sitzt. Das sitzt ganz weit weg von deinem Kopf. Die Freude sitzt weg von deinem Kopf. Merk dir das einfach mal. Die Freude, die Lebenslust sitzt weg von deinem Kopf. Das heißt, egal was du nachdenkst, wird das nie lustvoll sein, wird das nie leicht sein, wird das nie freudvoll sein. Die Qualität der Leichtigkeit und Freude ist weg von deinem Kopf. Und lass das einfach mal sacken. Die Freude und Lust ist weg von meinem Kopf. Und jetzt stell dir einfach mal vor, so als würdest du ins Wasser springen. Das müssen jetzt keine 5 Meter Turm sein, kein 10 Meter Turm, 3 Meter Turm sein. Kann auch ein 1 Meter Sprung sein. Einfach mal stell dir mal vor, du hüpfst da richtig rein. Der Pool ist Lebensfreude. Das Wasser ist Lebensfreude. Wenn du dich unwohl fühlst im tiefen Wasser, dann lass es nicht zu tief sein, aber du springst da richtig rein. Nimmst Anlauf und du hüpfst, fliegst ganz kurz und springst in dieses Wasser und tauchst in dieses Wasser ein. Stell dir mal das Gefühl ein vor, ins Wasser einzutauchen. Und was jetzt passiert ist, du singst da weg von deinem Kopf, tiefer und tiefer rein. In deinem Tempo in deinem Tempo in deinem Tempo in ein tiefes oranges Zentrum, orange-goldenes Zentrum. Und spür mal, wie dieses Zentrum zu leuchten beginnt, während du da mit deinem Bewusstsein rein gehst. Weg von deinem Verstand, weg von deinem Kopf. Das wird momentan einfach mal ausgereinigt, das löst sich raus. Verstand, Kopf, brauchen wir alles nicht. Vergiss es. Brauchst du nicht. Und du spürst jetzt dem wirklich eine Erleichterung, die da stattfindet. Und du spürst, dass du immer weiter weg von deinem Verstand gehst. Der Verstand ist der Gegenpol der Lebenslust und Leichtigkeit. Du brauchst und kannst nicht mal Leichtigkeit denken. Leichtigkeit ist deine Qualität. Und du tauchst jetzt in diese Qualität Leichtigkeit ein. Du entscheidest dich ganz bewusst in diese Leichtigkeit einzutauchen. Und diese Leichtigkeit in dir zu aktivieren. Und jetzt schau einfach mal, was das Erste ist, was dir einfällt. Vielleicht willst du mal die Zunge rausstrecken. Vielleicht möchtest du einfach mal lachen. Dich durchstrecken, herumtanzen. Was ist denn der Ausdruck der Leichtigkeit? Wie drückst du denn jetzt diese Leichtigkeit aus, die du in dir spürst? Was bereitet dir Freude in diesem Moment? Spür mal, dass Freude entkoppelt ist von Sinn und Sinnhaftigkeit. Von etwas pädagogisch Wertvollem. Spür einfach mal, dass Freude fließt. Und geh mal diesen Fluss der Freude zurück vor all deine Konditionierungen, bevor du gelernt hast, so rationell zu sein, so viel zu lernen, so strebsam zu sein. Einfach diesen Fluss. Lass dich da treiben. In die ultimative Leichtigkeit und Freude. Diesen Funken, diese Quelle der Freude, der Lebenslust. Und spür mal, wie offen du in dieser Qualität wirst, wie offen dich die Lebenslust, Lebensfreude, die Leichtigkeit macht, wie sehr du dich öffnen kannst, wie sehr sich dein Energiefeld öffnet bei dieser Qualität. Du bist nicht mehr reduziert, eingeschränkt, engstirnig, klein, gestresst, in einem Mangel, es geht sich was nicht aus, zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Lass es los und werde frei. Lass es jetzt los, werde es frei. Und in dieser Leichtigkeit, in dieser Freiheit, in dieser Freude spüre, dass Heilung liegt, Frieden liegt und dass diese Freude und diese Leichtigkeit die Qualität, die Inspiration in dein Leben bringen. Lebenslust, Leichtigkeit. Spür, dass du leicht bist und spür auch die Lebenslust und Lebensfreude. Und du bist absolut in diese Qualität eingehüllt und du hast diese Qualität in dir aktiviert. Und diese Lebenslust, diese Leichtigkeit geht jetzt noch einmal eine Stufe tiefer und sie geht sogar über deine emotionalen Konditionierungen hinaus. Also sie transzendiert deine Gedanken, sie transzendiert deine emotionale Konditionierung, deine weibliche Seite, deine eingekrustete Seite, die beeindruckt worden ist vom Umfeld. Und du tauchst jetzt auch noch einmal tiefer in diese Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude ein. Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude. Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude. Und frag dich mal und das meine ich jetzt ist ein essentieller Punkt. Es gibt so diesen Spruch, dieser der Ernst des Lebens. Das Leben ist ernst. Und jetzt holen wir mal diesen Ernst her, diesen Ernst des Lebens, was du gelernt hast. Das Leben ist ernst. Jetzt hol mal dein Ernst her und stell dir den mal wirklich so als Mini-Schlumpf-Figur oder als Karikatur vor. Hol dir mal den Ernst des Lebens her, der in dir ist. Wie schaut dein Ernst des Lebens aus? Beschreib den mal. Wie schaut der aus? Dein Ernst des Lebens. Und das ist der Ernst des Lebens. Das ist das, was du gelernt hast. Alle deine Konditionierungen, das sind der Ernst. Und dieser Ernst, bei dem bedanken wir uns jetzt. Und dann schickst du ihn einfach mal fahrt raus aus dem Lebenshaus. Lieber Ernst, danke, dass du da gewesen bist. Aber jetzt suchst du bitte den anderen. Ich brauche den Ernst des Lebens nicht mehr. Ich brauche dich ernst nicht mehr in meinem Leben. Und der Ernst soll jetzt einfach mal rausgehen bei der Tür, Türe verschließen und du atmest mal tief ein und wieder aus und spür mal die Erleichterung, spür mal die Freude, spür mal, was da passiert mit dir, wenn der Ernst des Lebens aus der Tür raus ist. Es geht auf dieser Ebene der Lebenslust, der Lebensfreude nicht ums Überleben, weil du lebst, weil du lebendig bist. Das ist keine Frage, dass sich das Leben erhält. Das ist keine Strategie, dass sich das Leben erhält. Das Leben fließt. Das Leben fließt. Du bist im Fluss. Und spürst mal die Gnade und die Leichtigkeit. Die Lebenslust und Lebensfreude. Und atme mal tief ein und wieder aus und erlaub dir, diese Qualitäten auch zu erden, zu leben. Ich lebe Leichtigkeit. Ich lebe Lebenslust. Ich lebe Lebensfreude. Leichtigkeit, Lebenslust, Lebensfreude. Ich lebe Leichtigkeit, Lebenslust, Lebensfreude. Was bleibt dir anderes übrig? Der Ernst ist weg. Er hat sich schon irgendwie einen anderen gesucht, der Ernst des Lebens. Der ist vielleicht dorthin zurückgegangen, wo du es gelernt hast. Und nun, wenn du es empfindest, und nur wenn du es empfindest, dann bedanke dich mal bei der Lebensenergie, bedanke dich mal bei der Qualität, die jetzt Teil deines Lebens wird, die du ab jetzt, ab heute in dein Leben integrierst. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt nochmal ganz bewusst alles loszulassen, was dieser Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude widerspricht. Du spürst aus dem Flow, diesen Fluss. Der ist immer da, der wird immer da sein. Und erinnere dich daran, dass du dich öfter an Lebenslust, Lebensfreude, Leichtigkeit, Lachen, Liebe erinnerst. Das ist die Essenz, das Wesen des Lebendigseins. Bedanke dich bei deinem Energiefeld, bei dir selber, dass du diese Meditation jetzt gemacht hast. Atme mal tief ein und wieder aus und streck dich durch und spür nochmal diese Freude, Leichtigkeit, Lebenslust, spür die richtig durch deinen Körper fließen. Bedanke dich nochmal bei der geistigen Welt, bei deinem Wesen. Und wenn du dazu bereit bist und dich wieder gut spüren kannst, streck dich nochmal durch, beweg deine Arme und Beine und komm dann in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück, nimm diese Leichtigkeit mit und öffne deine Augen. Und ich lade dich dazu ein, schau dich nach dieser Meditation, schau dich mal in den Spiegel, schau mal deine Augen an, schau mal, was da passiert. Schau mal, ob sich da was verändert hat. Und da freue ich mich natürlich über deine Kommentare und schreib es mir gerne rein. Hast du das gespürt, wie ist es dir gegangen? Also, wie gesagt, ich freue mich auf deine Feedback, deine Kommentare. Und natürlich wie immer über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, teil das Video, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit, Lebenslust, Lebensfreude bräuchte. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Und wir sehen uns sicher wieder. Bis zum nächsten Mal. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ehring. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020